Ok. D-G-Da Also nicht Pumms, sondern dieser kleine Schnalzer. D-G-Da Und jetzt Knie-Da-Da D-G-Da Knie-Da-Da D-G-Da Knie-Da-Da D-G-Da-Da Knie-Da-Da Noch langsamer. D-G-Da Knie-Da-Da D-G-Da Pause Bum-Bum D-G-Da Pause G-Da D-G-Da 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 Das mach ich nur mit dem Anpacken. Dann kommt mir schneller wieder auf die Trommel. D-G-Da 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 Und die rechte Hand ist die hohe Trommel von der D-G-BA D-G-Da 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 Und wenn man den gut drin hat, dann kann man jetzt langsam üben, auch Solo zu hören. Das mache ich jetzt klein mit dazu, dann können sich die anderen das auch noch anhören. Bekleidung spüren und Solo mithören. Das mache ich jetzt.